Was geht ab, meine Freunde und herzlich willkommen zum Donnerstagnacht-Video. Ich bin natürlich wieder um 23.30 Uhr auf Twitch live und wir gucken mal zusammen, was heute so rauskommt. Jetzt gehen wir erstmal in den neuen Song von Absent. Viele haben sich ja auch in letzter Zeit wieder gewünscht, dass ich wieder Absent höre. Irgendwie, ich hab's nicht dazwischen bekommen. Der letzte Song, den ich gehört hatte von ihm war Reiter. Aber im Nachhinein habt ihr mir da tatsächlich bei einer Sache geholfen, denn ich hab gefragt, ob jemand die Gitarre zufällig kannte. So, und dann haben mir tatsächlich ein paar Leute geholfen und zwar von MGK, also Machine Gun Kelly. Glashouse hieß der Song und hört mal die Gitarre, ein bisschen ähnlich. Aber natürlich jetzt nichts Nachgemachtes, gecovertes oder so. Einfach nur ein ähnlicher Vibe, ne. Vielen, vielen Dank dafür. Ich liebe das, wenn ich selber irgendwie, ne, Melodien oder sonst was nicht rausfinde, dass ihr da am Start seid. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den neuen Song von ihm und zwar FaceTime. Und es wurde auch mal Zeit, dass ich bei einer Premiere dabei bin und einfach mal gucke, welche Leute hier so am Start sind. Ach, guck mal, Absent ist selber da. Das freut mich aber, guck mal. Absent, du geiler. Lüneburg am Start. Ah ja, guck mal. Ach, ich find das schön. Ich find das cool zu sehen, wenn die Künstler selber auch noch dabei sind und so. Bei den Großen, ja, eher selten, ne. Eher selten, aber verständlich. Irgendwann geht's auch nicht mehr, ne. So, FaceTime, produziert von Aura. Video von MindBlack und Mixmaster ist von admix.de, so wie es aussieht. Okay. Oha, was für eine schöne Melodie. Ui, ui, ade, 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 ade. Ah, das kennen wir noch, Sample. Kids? Nein, wie hieß das nochmal? Save Call, ihr kennt das. Aber geil, aber geil gejobbt, muss ich sagen. Aura, sehr, sehr geil gecuttet, das Samplemann, falls es das ist. Kann auch sein, dass es das absolut nicht ist. Das ballert. Ey, das ballert. Ey, also ohne Scheiß jetzt, komischer Vergleich, keine Ahnung. Aber das ungefähr so habe ich mir vorgestellt, als Lillano so angefangen hat mit den Rage-Sachen und so weiter. Und ich dachte so, ja, irgendwie so ein gewisses Niveau hatte ich da irgendwie, sag ich mal, von der Melodik von Lillano erwartet. Die kam leider nicht. Und ich finde, genau sowas habe ich mir eigentlich vorgestellt. Das klingt geil, Mann. Also, ne, bei Absent klingt es geil jetzt. Ich habe so Bock dieses Jahr, ne. Ihr wisst gar nicht, was für Banger noch kommt, tatsächlich, wo ich mitproduzieren durfte. Aber ich bin generell gespannt, in welche Richtung dieses Jahr Deutschrap gehen wird, ne. Ob wir noch mehr Techno-Sachen hören, ob wir mehr rockige Sachen. Wir hören auf jeden Fall Drill. Aber eher im Mainstream jetzt, muss ich sagen. Also, Kontra K zum Beispiel, glaube ich, heute Nacht, ne, ist ein Drill-Song so. Der wird das auf jeden Fall noch durchziehen. Ich glaube, sonst ist Drill, glaube ich, nicht so. Jersey wird vielleicht noch ein bisschen. Ich bin gespannt. Und ich freue mich drauf. Aber warum ist das so? Warum wollen die Menschen einen immer unten sehen? Weil sie sich dann selber besser fühlen? Ja, ne. Ich glaube, irgendwie sowas ist das. Das Problem ist, ich werde solche Gedanken niemals verstehen, weil ich halt einfach nicht so bin. Wisst ihr, was ich meine? Ich gönne jedem, jedem so. Von Herzen. Ich habe das Gefühl, ich denke mal, das wird auch so sein, bei Spotify wird das Ganze ein bisschen cleaner klingen. Ich habe das Gefühl, dass die Stimme so ein bisschen matschig ist, so ein bisschen ab und zu schwierig zu verstehen, ja. Aber ich schiebe es jetzt mal auf YouTube. So ist das heutzutage echt geworden, ne? Es geht nur noch ums Geld und weiß ich nicht, wenn ich allein schon so Trash-TV-Sachen sehe und gucke, wie Pärchen, die acht Jahre zusammen sind, einfach in irgendwelche Shows gehen, wo man weiß, es wird auseinander gehen. Digga, das ist so komisch geworden, man, wirklich. Sowas aufs Spiel zu setzen heutzutage. Aber dann ist das Gemecker groß. Ich finde niemanden, die sind alle so doof und weiß ich nicht was. Das ist doch der Gase. Schöne Prius. Ich muss sagen, gefällt mir vom Ding her echt am besten bisher. So diese, wie gesagt, emotionalen Gitarren-Sachen und so, bin ich ein bisschen light gehört, sag ich jetzt einfach mal, so seit wie vielen Jahren, ne? Früher Tilo, nee, Edo Sire oder noch weiter zurück, ne? Also ich muss sagen, das steht ihm. Das ist cool. Das geht in eine coole Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob der Beat wirklich Rage ist, aber irgendwie, der hat so Elemente auf jeden Fall drin. Ähm, es macht Spaß, es passt zu seiner Stimme. Auch das Autocune, ähm, auf seiner Stimme finde ich nice. Gerade in den Parts, wenn er so ein bisschen höher geht. Doch, doch, ich würde das schon als Rage bezeichnen, ne? Finde ich cool. Ey, New Jazz, Rage. Wir werden so viele Sachen dieses Jahr hören. Ich bin auch gespannt aufs Billa Joe Album natürlich, was morgen Abend 19 Uhr auf Twitch natürlich abgecheckt wird. Das wird, ah, das wird maßgebend, glaube ich, auch für dieses Jahr. Also, äh, ich geh stark davon aus. Das Video ist so trippy, Alter. Ja, warte, 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 warte. Geht der in der Kopfstimme da hoch? Warte mal. Baby ist ganz normal. Also, es ist eine coole Abwechslung da drin. Das ist cool. Okay. Digga, ich bin sorry, dass ich so viel pausiere, ne? Aber es passiert einfach zu viel. Digga, wie geil klang das. Okay, die ersten zwei Zahlen geht da halt so am Ende mit der Stimme hoch und dann antwortet so eine tiefere Stimmlage von ihm, wisst ihr? So, Frage-Antwort-Spiel, find ich cool. Ey, ich find, das steht ihm. Ich bin gespannt, was die Fans sagen werden. Da bin ich, da bin ich sehr gespannt. Das ist Geld und ich stand, sie haben nie gehört, was ich sag. Wo du warst, bist ein Lehrer, Platz vor deinem Gart. Jedes Girl, ich frage dir jetzt deine Namen. Mom. Sie wollte immer wissen, wo ich war. Wo ich war. Sie will immer FaceTime. Mein war schon immer egal, wo du bist, was du machst. Das bist mir wie 8, Mann. Deine Art haben ich geglaubt und ich hab's geschafft. Ey, sehr runder Song, muss ich sagen. Geile Pre-Hook, geile Hook, die nochmal gesplittet ist. Gute Parts, geiler Beat. Ich muss ganz ehrlich sagen, gutes Ding, Alter. Macht Spaß. Macht Spaß zu hören, obwohl der Text eigentlich, ja, sehr traurig ist. So, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt einfach Realität, ne. Sollen wir jetzt die ganze Zeit rumheulen? Höh, es ist so schwierig. Ja, es ist halt einfach so, ne. Irgendwann wird sich auch das wieder ändern. Denke ich mal. Mal. Das hab ich nicht ganz verstanden. Das Ende von der Hook hab ich nicht ganz verstanden. Die letzten, die letzten Wörter tatsächlich. Ah, der Beat klingt auch geil. Jetzt würde ich nicht mehr, jetzt würde ich nicht mehr sagen, dass das das Sample war. Glaube ich nicht. Ich, ich, ich will nochmal, ich will nochmal ins Intro hören. Weil irgendwie, warum dachte ich denn bei dem Style... Ja, die Melodie ist schon... Das ist ein ganz bekanntes Lied. Mir fällt der Titel gerade nicht ein. Als hätte man das gejobbt so ein bisschen, weil man hört auch so ein kleines Klicken. Merkt ihr das? Da ist auf jeden Fall was gecuttet worden in der Melodie. Hört ihr das? Immer wenn so die Melodie sich ändert, ist so ein Klippen. Und das kann natürlich sein, weil, wie gesagt, ne Melodie auseinander geschnitten wurde und dann halt hintereinander gepackt wurde. Und es kann sein, dass ich, dass es vielleicht das Lied war, vielleicht aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es hat Spaß gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Hat mir, hat mir gut gefallen, Mann. Ich bin gespannt, was die, äh, was die Fans sagen. Ist das der alte Song, FaceTime oder eine neue Version? Ich weiß nicht, hoffe auf die alte. Okay, das müsst ihr mir jetzt, äh, beantworten, weil das steht jetzt auch nicht da als, äh, Antwort. Wir sehen uns 23.30 Uhr. Wenn ihr Bock habt, ich würde mich freuen. Bis. Bis.